Hallo meine Lieben, hier ist die Katja Regamann, Saxophonistin aus Hollywood, Kalifornien. Ich bin ursprünglich aus Deutschland und ich möchte euch aufrufen, das Projekt Marionette zu unterstützen. Dieses Projekt hilft körperlich behinderten Kindern, ein einigermaßen normales Leben zu führen. Also bitte geht zur Webseite projektmarionette.com und spendet. Let's do this together.